Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Ausgabe des Intercenter TELS Magazins, jetzt nach der Sommerpause. Und das ist heute nur eine der vielen Neuigkeiten, die wir Ihnen wieder berichten werden. Und dank der Brückel Monika von Catwalk bin ich gerüstet, dass wir jetzt das Chipcoin System jetzt einmal kurz unten im Freien näher bringen können. Ja, ich habe es schon gesagt, Chipcoin System ist das erste Stichwort. Wir haben seit letzter Woche ein neues Parksystem bei uns im Haus von einer neuen Firma. Und jetzt sind wir weggegangen von diesen Papiertickets und haben jetzt die Chetons. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, das Ganze ist recht einfach. Es bleibt eigentlich alles beim Gleichen. Wie schon gesagt, dieser Chipcoin ersetzt das Parkticket in Papierform. Und wenn man herfährt, sieht man es eh schon, den großen grünen Knopf Blinken. Da drückt man drauf und man erhält die Ausfahrtskarte. Und ich muss mich sputen, weil hinter mir Stauz ist. Nach den getätigten Einkäufen und vielleicht noch das eine oder das andere Kaffeechen bei uns in den Kaffeehäusern, geht man zum Kassautomaten zu. Man nimmt diese Münze und am einfachsten ist zu merken, wenn man sich einfach dem Licht folgt. Man sieht hier, das ist jetzt ein barrierefreier Automat. Man gibt den keinen rein. Am Display lest man ab, was zu bezahlen ist. Bei den zweieinhalb Stunden ist nichts zu bezahlen. Man nimmt ihn raus und wünscht euch selbst gute Fahrt. Ich bin jetzt da bei uns bei der Eurospar. Ich habe jetzt am Plakat etwas gelesen, aber Marcel wird euch jetzt gleich erklären, was es Neues gibt bei uns da. Ja, wir haben jetzt seit mehreren Monaten Frischfisch im Bedienung. Es wird sehr gut angenommen. Wir haben immer eine große Auswahl da. Ich würde mich freuen, wenn es alle kommen. Es ist eine Top-Qualität, super Ware. Also kommt es, wenn es Fisch braucht. Es ist echt super. Gut. Und wie gesagt, solange er frisch ist, ist es gescheiter, schnell vorbeikommen. Petri Heil. Noch sieht man nicht viel, liebe Zuschauerinnen und Zuseher, aber am 12. September geht die Oberländer Einkaufsnacht in Zusammenhang mit der Lange Nacht in Delfs zum dritten Mal bei uns im Intercenter Delfs über die Bühne. Und apropos Bühne, da wo ich jetzt stehe, zwischen H&M und Le Clou, wird die Hauptbühne sein mit den auftretenden Stars. Michael Cobelli mit einem netten Kinderkonzert. Dann gefolgt vom Victor Heidt, auch bekannt als Herr Reindl mit seinem Zweitdonner. Und der Schlagerstar Gregor Glanz wird die Herzen der Damen erfreuen. Shoppen und genießen gehört einfach zusammen. Und somit haben wir auch dieses Jahr wieder das beliebte Buffet im Obergeschoss. Dieses Jahr ein kulinarisch Genussbuffet mit zwei Hautspeisen zur Auswahl sowie ein Dessert. Wieder mit dem bewährten System, wie wir das die letzten Jahre gehabt haben auch. Ab einem Einkauf von 40 Euro erhalten Sie direkt an der Shopkassa einen Gutschein. Und für einen getätigten Einkauf ab 70 Euro genießen sogar zwei Personen das kulinarisch Genussbuffet. Alle unsere Shoppartner freuen sich wieder auf die dritte Auflage der Einkaufsnacht von 16 bis 22 Uhr. Und bieten in gewohnter Weise die besten Angebote für unsere Besucherinnen und Besucher. Und damit ich dem Anlass noch entsprechend eine Haarschnitt habe, werde ich jetzt einmal zu unserem Center Friseur noch gehen und mich frisieren lassen. Die Adresse in Sachen Wohlfühlen bei uns im Intel Center ist natürlich im Obergeschoss der Center Friseur. Die Idee, Sie nehmen mir, werde Ihnen jetzt gleich die neuesten Trends und Hits verraten, was Sie alles im Programm haben. Also heuer im Sommer und Helmst ist ganz fest im Kommen Kupfertöne und Rottöne bei den Farben und bei den Schnitten ist eher paschig geschnitten und Kurzhaarfrisur. Die Locken wären natürlich auch im Trend, aber die jungen Mädels haben es lieber glatt. Ja, für meine Haare werden wahrscheinlich Locken ein bisschen zu extravagant wirken, aber ich habe sicher noch andere Sachen auch, wie Kosmetika oder sonst gewisse Sachen. Wir machen noch viele Vorher-Nachher-Geschichten mit Schminken. Schminken ist da natürlich gratis. Da machen wir eben Farbberatung und Kosmetik und natürlich auch Masken. Und wenn sie mögen, dann können sie auch ein Foto haben. Und dann machen wir mit dem Werbung, zum Beispiel in Facebook. Wow, das ist schon ein tolles Angebot. Von dem haben wir jetzt selber noch gar nichts gewusst davon. Ja, Gott sei Dank haben wir das Angebot. Momentan ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir sind total unterbesetzt. Also wenn irgendjemand Friseurstelle sucht, noch bitte im Intel-Center oder im Haarstudio Elif melden. Ich gönne mir jetzt noch die Rundum-Erneuerung und das Vorher-Nachher-Bild. Wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja ins Facebook. Auf jeden Fall freut sich das Center-Friseur-Team sowie alle anderen Shoppartner, Sie begrüßen zu dürfen wieder bei uns als Gast. Und nicht vergessen, am 12. September von 16 bis 22 Uhr Oberländer-Einkaufsnacht und lange Nacht in Telfs. Ich freue mich, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Alles Gute fürs Oberland. Dann bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017